100.000 Rosen schicke ich dir, und dafür bleibst du bei mir, für immer, für immer. Ja hallo, ich bin's Helge. 100.000 Rosen, einer meiner größten Erfolge. Und das liege ich auch auf der Tournee. Ich freu mich schon, wie es weitergeht hier. Zum Beispiel jetzt. Samt Wetter heute auch. Ich bleib da so. Kommen Sie zu unseren nächsten Konzerten und Sie werden nicht enttäuscht sein. Ich bereite mich schon darauf vor. 100.000 Rosen, einer meiner größten Erfolge. 100.000 Rosen, schicke ich dir hin. Weißt du noch?